Studio, Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der neue Volkswagen-Chef Dies will den Konzern mit einer neuen Führungsstruktur flexibler machen. Um im Wettbewerb in den Bereichen Elektromobilität, autonomes Fahren und Mobilitätsdienste mithalten zu können, müsse VW das Tempo erhöhen, sagte Dies. Er räumte bei der Präsentation seiner Ziele ein, dass für das Unternehmen die Krise durch den Dieselskandal noch nicht überwunden sei. Beim 1. Auftritt als neuer Konzernchef steckt Herbert Dies den neuen Kurs des 12-Marken-Konzerns ab. Er will, dass in allen Werken schneller entschieden und günstiger produziert wird, baut deshalb den Konzern um. Mit Rekordgewinnen seines Vorgängers Matthias Müller im Rücken. Und das trotz des Dieselskandals. Wir verschlanken die Konzernsteuerung und stärken die Marken mit mehr Verantwortung in den Markengruppen. Und wir nutzen damit Synergien konsequenter als bisher. Konzern-Marken werden zu Gruppen zusammengefasst. In der Volumengruppe die Marke mit hohen Stückzahlen. Außerdem gibt es eine Premium-Marke und eine Super-Premium-Gruppe. Die großen Nutzfahrzeuge sollen als Truck & Bus später auch an die Börse gebracht werden. Für die mehr als 600.000 Mitarbeiter soll sich zunächst nichts ändern. Der Konzern will mit dieser Strategie vor allem Geld für weitere Investitionen erwirtschaften, was der Betriebsrat unterstützt. 30 Mrd. in den nächsten Jahren für Elektromobilität, für Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren und, und, und. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Der Großaktionär Niedersachsen steht zum Neustart. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Herbert Dies für die nächsten Jahre eine gute neue Konzernspitze etabliert haben. Dies bleibt weiter für die Kernmarke VW und die Forschung verantwortlich. Sein Vertrag gilt für 5 Jahre.